Ich habe Kinder zum Karate geschickt, dass sie mehr Selbstbewusstsein kriegt, dass sie sich von anderen Kindern nichts mehr gefallen, also nicht so viel gefallen ist, und ihre Disziplin, dass die mehr ausdauert, als die für ihre Disziplin. Ich habe dann einen Monat später auch mit Karate angefangen und war recht stolz auf uns beide. Das ist die erste Anwendung von Karate. Das war das Anwendung von Karate. Nur von Karate. Die Schrift bei Karate. Das war die erste Anwendung von Karate. Der hat das Anwendung von Karate. Vielen Dank.